Erik van der Luer 1 zu 1 gegen Rot-Weiß-Essen. Ich würde behaupten, am Ende sind das zwei verlorene Punkte. Aufgrund der ersten ganz starken Viertelstunde, 20 Minuten muss ihre Mannschaft eigentlich nach 20 Minuten schon die drei Punkte eintüten, oder? Na gut, der Walder sagt nach dem Spiel ein gerechtes 1 zu 1. Nur wenn du siehst, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, wir hatten etwas abgesprochen. Das wurde auch hervorragend so ausgeführt. Und da musst du einfach in der ersten Halbzeit schon vier Tore schießen. Ja, und dann reden wir am Ende nicht mal über ein gerechtes 1 zu 1, sondern über eine zweite Halbzeit, ich würde mal sagen, so entschieden wird. Nur du musst hier mit 4 zu 1 vom Platz gehen. Ja, und dann können die auch noch mal ein Tor schießen. Nur so viele Chancen kannst du dich gar nicht ausspielen in normaler Weise. Ja, die zweite Halbzeit wird natürlich schwierig, da ist der Platz nicht mehr, da kannst du kein Fußball mehr drauf spielen. Wenn du da drauf Fußball spielen willst, hast du immer das Risiko, dass du vielleicht ins Messer reinläufst, wenn der Ball verspringt. Das haben wir natürlich auch ein paar Mal gesehen. Ja, und die zweite Halbzeit war, ich würde mal sagen, von beiden Seiten wurde, ich würde sagen, nicht mehr so Fußball gespielt. Nur die erste Halbzeit war deutlich für uns und dann ist es bitter, wenn du in der Halbzeit gehst, mit so einem Murmeltor gegen. Wie hast du die Situation beim 1 zu 1? Ja, da war ein Ball, der wird abgewehrt und es steht einer auf dem Sechsenner, der trifft den, glaube ich, nicht mal so richtig. Und auf einmal steht einer beim zweiten Pfosten. Da hat er sie mal reagieren. Und ja, das kann auch mal passieren, da habe ich auch kein Problem damit. Nur aus, ich würde mal sagen, die ersten 45 Minuten raus, finde ich, musst du mit 4-1 in der Kabine sitzen und dann musst du untereinander ein Bier trinken und dann die zweiten 45 Minuten schriftlich abarbeiten. Nach den 90 Minuten, die Stimmung war dann wahrscheinlich nicht mehr so, dass die Jungs ein Bier trinken wollten, oder? War die sehr gedrückt? Ja, ich bin nicht der Typ, der dann in Trauerstimmung ist, nur das ist eine Enttäuschung, eine klare Enttäuschung. Vor allem, ja, du machst auch letzte Woche, ja, musst du einfach gewinnen. Wenn du so ein Spiel dominierst und wenn du in der ersten Halbzeit so spielst, musst du dich belohnen. Nur nächste Woche ist Lotte, ja, und auch da müssen wir etwas mitnehmen. Wir sind nicht in der Lage, um zu denken, ja, dann nehmen wir etwas mit, dann nehmen wir etwas mit. Jetzt geht es nur noch darum, um so viele wie möglich Punkte zu sammeln. Das Schlimme ist, dass du, ich würde mal sagen, ein anderes Bild abgibst wie vor dem Winter. Und das ist das Bittere.